so einen wunderschönen guten abend wünsche ich euch kurzes zwischenfeedback ich habe ja mittlerweile also mit auch einer kurzen unterbrechung von 23 tagen jetzt wieder angefangen auch mit der zweiten stufe von 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 meiner fasten kur also das heißt letztendlich habe ich jetzt zwei tage gehabt wo ich wieder festere nahrung oder drei tage eigentlich festere nahrung zu mir genommen habe und das war auch ganz sinnvoll bemerkenswert ist und und deswegen stelle ich auch diesen film unter der rubrik mit der honte mit toch hondrien rein ist ja im moment so oder eingeseit seit august zu mein lieblingsthema auch wo ich auch merke also dass einfach die reinigung mit in bezug mit mit kassia fistula und und bitterstoffen also eine ganz exzellente art und weise ist was ich glaube ich so auch euch auch in meinen standard einzelsitzungen die ich ja habe einfach jetzt so anbieten möchte für die reinigung ich merke halt dass ich ja wie schon gesagt also es ist schon ganz ordentlich also was ich jetzt abgenommen habe also von 91 kilo auf 82 innerhalb von ja letzte november woche bis jetzt also bis zum 18 was er macht 18 19 dezember und das bemerkenswerte ist auch daran also dass es wirklich aus meinem gefühl heraus aus meiner sicht heraus tatsächlich auch in die zellen geht also das heißt also es gibt auch eine zelluläre reinigung natürlich gehört auch die voraussetzung dazu gutes wasser zu trinken also das was halt wirklich sauber ist also so weit wie es geht diese mit rontal kanäle sind ja deswegen auch wichtig weil sie sind ja entschuldigung unter anderem auch zugänge für die anders welt letztendlich aber auch nicht nur unser heizkraftwerk sondern sondern aus meiner sicht heraus für die lichtkörper atmung sehr wichtig und die lichtkörper atmung wird halt aus meiner sicht heraus immer wichtiger werden auch für die zukunft auch von den energieverhältnissen die zu ja wie schon gesagt so stattfinden und das hat aber auch für mich dann eine klare aussage eine klare bedeutung ich versuche wie schon gesagt die einerseits so dadurch dass ich ja so so hellsichtig heilerisch unterwegs bin und unser medial und und sehr stark im herzen mittlerweile bin auch zu diesen diesen medizinischen aspekt so weit es mir gelingt rein zu beziehen also deswegen schaut euch noch mal diese mit rontieren seite an und das ist ganz spannend also es kommt deutlich mehr lebensenergie rein mal davon abgesehen wenn man sich überlegt von 91 auf 82 kilo die sache zurück ist schon mal eine ordentliche hausnummer und mir geht es gut dabei und wie schon gesagt jetzt in der zweiten phase geht es jetzt darum einfach die also dreimal diesen tee weiterhin zu trinken den ich euch schon mal empfohlen habe und den ich auch meinen kunden die mit mir arbeiten jetzt empfehlen weil manche bei manchen stockt es halt einfach deutlich und sie kriegen dann auch langsam ein gefühl dafür wie 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 entgiftung funktioniert weil sie doch eine relativ sanfte form ist ich merke schon dass es eine gewisse toxine wirkung hat aber es ist trotz alledem nach dieser zeit nicht reizung ich verliere sehr viel körperwasser im positiven sinne ihr merkt es ja also ich schaue jetzt nicht ausgemerkelt aus und habe dadurch eigentlich ein sehr sehr gutes gefühl auch in der richtung für mich letztendlich ja ein stück wieder in meinen alten haushalt zu kommen wo ich ja im prinzip anfang 2000 war eine ende 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 des jahrhunderts und anfang des jahrhunderts natürlich mit einer etwas anderen form des äußeren aber es spielt halt einfach mit der rolle gut also die die wirkungen sind deutlicher ich bedanke mich bei euch bis auf weiteres euer bernhard regner der heiler mit noch einen rückenblick und tschüss schönen abend